Das war's! Das war's! Das dürfte gewesen sein! Chaos ist abends! Wahnsinn! Ganz schnelles Klee nach oben gezogen! Und da war rein hier der Silbermaier. Nicht nur völlig überrascht, sondern auch machtlos. Das hat sich noch richtig von den Beinen gerissen. Da kann Oleg Bernd stolz auf sich sein. Und da kam das Klee durch die Mitte durch. Wahnsinn! Starke Leistung! Und wir dürfen nicht vergessen, das war auch sein Debüt bei den Profis. Oleg Bernds!